Minergie ist seit 1998 der Schweizer Standard für den jeweils besten Komfort, für Effizienz und Werterhalt. Mittlerweile gibt es über 45.000 zertifizierte Minergie-Gebäude. Wohnhäuser, Büros, Industrie, Museen, Sporthallen, Kindergärten und jeden Tag kommen weitere dazu. Das macht über eine Million Menschen, die Minergie im Alltag nutzen. Davon wohnen mehr als 630.000 Menschen in Minergiehäusern. Dazu kommen noch rund 370.000, die in Minergie-Gebäuden arbeiten, lernen oder ihre Freizeit verbringen. Zum Beispiel in einem von rund 1.200 Schulhäusern, 130 Hallenbädern, 150 Spitälern oder 600 Restaurants nach Minergie-Standard. Gemeinsam mit Ihnen als Nutzender und Baubeteiligter haben wir damit schon rund 50 Milliarden Kilowattstunden eingespart. Das entspricht zwei Reihen Ölkanistern um die Erde, die Sie nicht gebraucht haben. Um in Zukunft noch mehr zu erreichen, haben wir unsere Baustandards und den Zusatz ECO mit wirksamen Qualitätssicherungen ergänzt. Damit vervollständigen wir unsere Minergie-Produkte-Palette, die für den Neubau oder die Modernisierung bis zum langfristigen Betrieb für Sie da ist. So entwickeln wir uns mit Ihnen zusammen, auch nach 20 Jahren ständig weiter.